Von so einem Betrag kann ich doch nicht leben, Junge. Ja, das glaube ich. Schreib mal schön unsere Namen auf, dann. Ja, natürlich. Richard Batzback. Robby Schürmansch. Rickard Piemansch. Barry Bützels. Ja, schreibt die hässliche Fotze Gary von Boven auch dabei. Prima. Und was genau soll ich jetzt für Sie tun? Na, was denkst du selber, hä? Und es mir Geld gebe, Fotze? Hm, tja, das geht leider gar nicht. Gib uns mehr Geld, Fotze!